Leute, wir brauchen Geld. Wir haben minus 1100 irgendwas. Wir haben plus 782 und die Steuern sind gerade alle unten. Boah, ihr seid sowas von reich gerade, ey. Ich bin neidisch. Ähm, schaffen wir, bauen wir Sushi auf der Insel hier an? Nee, nee. Was fehlt uns? Salat. Nein, was uns da fehlt ist das U-Boot, was unten den Salat abholt. Achso, meine Idee war jetzt nämlich einfach Salat-Salatgut zu kaufen. Dann können wir so zwischen mal hier machen. Ja, dann bräuchten wir die untere Insel komplett gar nicht mehr. Ja, dann lass doch mal gucken, ob wir das irgendwo kaufen können. Können wir. Lieber Tennessee, wie viel ich pro Nageln rausspritze, darüber unterhalten wir uns gerade mal nicht. Ähm, und ja, wir sind pleite. What the fuck, 200 Milliliter. Ich hab's. Ach nee, das ist Tee. Wir könnten, wir könnten im Zweifel noch Zeug verkaufen. Damit wir wieder an Geld kommen. Wo ist denn, was ist denn das? Ach ja, stimmt. Wir brauchen ja unbedingt ein Kontor. Wir könnten natürlich unseren Tiefseekontor zum Handeln verwenden. Was ist denn mit dem ganzen Öl, was wir da haben in dem, in dem Bötchen? Das bräuchten wir rein theoretisch auf der Hauptinsel. Bräuchten wir es, oder könnten wir es auch zu Geld machen? Es gibt aber nirgendwo Quadraten, welches ist. Ja, ich hab auch alles durch. Damit wir weiterkommen bei den Flugzeugen. Aber da unten bräuchten wir vielleicht mal Werkzeug, damit es wieder... Da haben wir hier um genug. Ja, ich fülle hier, baue hier noch mein Konto auf. Kurz lad wieder alles ein. Mal gucken, vielleicht kann er ja diesmal stehen bleiben. Ich hab so die geringe Hoffnung. Registriere Friedensschluss zwischen Nachbarn. Oh je. Ich bleib mal kurz mit dem U-Boot stehen, bis... Oh, 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 oh. Ah, nee, ja. Noch sammeln sie sich hier oben. Gut, weil dann kann ich noch einladen. Leute, das Niveau im Chat sinkt gerade schlimmer als alle unsere Schiffe. Schneller oder schlimmer? Schneller und schlimmer. Und mehr. Vielleicht solltest du den Chat dann doch wieder ausblenden. Und härter. Ja, sonst... Am Ende kriegen wir noch einen Strike von YouTube mit der Meldung, ich soll jetzt bitte ab 18 freigeben. Nein, Niklas Mayer, ich gebe nicht auf. Ach, tut mir leid. Man kann den Chat noch nicht lesen, Morf. Wieso? Nein, der ist doch da. Bei mir ist er da. Ja, ich sehe ihn auch. Oder? Wieso kann ich den Chat... Ach doch, da. Äh, da kommen... Äh, ne, äh, die Schiffe hier, die fahren zwar immer mehr runter. Ich hab ihn gerade wieder abgerissen, weil wir, äh, Schiff auch halb voll haben und die jetzt wieder länger produzieren. Ich hab... Gemüse. Wir haben ne positive Bilanz, wir haben ne positive Bilanz, ach. Was denn, ich hab Gemüse. Dann, äh, nimm das U-Boot und fahr hin. Vorausgesetzt, du bist nicht verdient in der Nähe. Ja, so halb. Morf, du hast nur die ganzen Arbeiter einziehen lassen müssen und dann wieder auf... ...gelb stellen. Warte, ich probiere mal auf der Karte zu malen. Siehst du? Ich fahr hin. Ich hab das das letzte Mal auch geschafft. Aber zuerst bringe ich das Gemüse zu unserer Hauptinsel. Was ich jetzt habe und dann reiß ich unten schon mal ab, ja? Ja. Damit die nicht, äh, so runterfahren und unsere U-Boot treffen. Was zum... Alter, was ist das denn? Das frage ich mich auch gerade. Was denn? Ist das bei euch nicht? Was? Auf der einen Insel sind gerade überall Meldungen, permanent. Entschuldigung. Ich wollte zeigen, wo wir hinfahren müssen. Hä, wie soll ich das machen? Jetzt frage ich mich auch gerade, wie er das gemacht hat. Äh, du drückst Alt und dann auf die Karte. Ach, okay. Das ist wirklich schon ein bisschen so wie eine Wave-Party hier. Weißt du, gleich haut die Dame einfach ab, weil sie keine Lust mehr hat auf den Kindergarten. Komm, wir zielen alle auf sie. Gleich wird sie explodieren. Okay. Ihr seid doch verrückt. Es wird immer enger und gleich, ja. Also was muss man drücken, dann mache ich noch mit. Alt. Alle auf Drogen sind sie. Alter, ey. Das ist der LSD-View übrigens nach unten. Ach ja. Nun sinkt das Niveau auch hier. Während man auf Geld macht, kann man ja nichts anderes machen. Äh, auf Geld wartet. So, okay. Machen wir wieder ein bisschen was Sinnvolles. Habt ihr ein paar Fertiggerichte für uns über? Äh. Hä, warum? Weil der, ähm... Der will nur, dass wir Schiffbrüche geretten. Achso, oh. Wir kriegen die. Ja. Weißt du, was? Die kriegen wir ja niemals bis zu seinem Hafen. Ja, das... Eben. Ich wollte gerade sagen, sein Hafen ist scheiße und... Warte mal, hier die... Wir haben ja nicht in Frieden. Die Laboranten, die drücken nicht viel Abbandknete, wa? Nee. Erst wenn die oben sind, aber erst wenn die ganz oben sind. Damit. Was? Wir kriegen Geld, wenn wir... Ein Schiff versenken mit unserem... Ja, gut, wir können es mit dem Schiff machen. Mit welchem Schiff? Äh, Flugzeug meine ich. Stimmt. Do it. Das sind 6000. Die müssen wir haben. Wir haben Minus. Das ist echt viel. Das ist echt viel. Ja, und wie tust du den Beweis holen? Ja, feine Ahnung. Mit dem anderen Schiff, ne? Oh! Wer wurde denn dann? Das ganze ist nicht für mehr. Spam, 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 Kumpf! Alter, wie schnell einfach das Flugzeug ist. Das ist so krass. Ja, damit kann man gut abhauen. Das ist der Vorteil. Leute, wir wünschen uns Glück. Hector, Hector. Hector will dich. Hector will dich. Er will dich! Mach doch Hector kaputt. Spongebob ist mega geil. Nichts gegen Spongebob. Spongebob. Das ist jetzt die Frage, ob wir die Unterinsel einfach mal dicht machen, dann springen wir mit dem Geld. Ich hab sie schon halbdicht gemacht. Soll ich mal alles verkaufen, was drauf ist? Ähm, ich hab ja schon die ganzen... Ah, ne, das ist noch Werkzeug. Das transportiert immer noch ab. Wo ist unser U-Boot gerade? Ich transportiere aber gerade mit unserem U-Boot Richtung... ...die, ähm, Gewürzding ist klug. Ah, ist gefahrt. Nach Hause. Das hört zu hoch. Soll ich schon mal die Schmelzwecker abreißen? Wo? Äh, unten auf der Insel. Soll ich das Schmelzwecker? Kann unser U-Boot... Ne, das kann ich gar nicht angreifen. Achso, ja, die kannst du abreißen. Aber die Kontoren brav stehen lassen. Und das Winterkanzler auch abreißen. Achtung, Produktionsstillstand. Wir tun es gerne mit einem Schiff. Alter, es macht sich noch Platz. Danke. Kommt bestimmt gleich in der Nächste. Ey, der hat was. Oh, guck mal, schon haben wir 1000 plus, wo wir das da unten abgerissen haben. Ja. Sollen wir die Kontoren stehen lassen? Einfach als Sicherung? Sind ja mitten im Land. Da kommt die nicht ran. Ja, da ist noch eine Menge Rohstoffe noch drin. Ja. Aha. Interessantes Item haben wir da bekommen. Oh no. Was wir in der Arche haben, gar nichts. Das haben wir deaktiviert. Was kann ich für Sie tun? Das ist alles. Jetzt kommt Hektar schon wieder. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Zah, zack. Verfolgung geglückt. Und da kommt Hektar auch schon wieder beeilig. Ja, ja. Sehwurscht, weil wir hauen die, ja. Ab und da Wasser, ab und da Wasser. Ja, warte, was brauchen wir ja jetzt? Das Black, die Blackbox brauchen wir schon. Ja, mit dem ewigen Frieden. Nö. Ja. Das ist wieder ein Konto geworden, ne? Alter, das Schiff, was da gerade am sinken ist, wie geil. Boah. Wie unser Geld gerade einfach schreibt. Wir können Hektar einen Auftrag anfordern, wie geil ist das denn? Ja. Ja, genau. Salat. Ja, das Problem ist, glaube ich. Reis haben wir ja hier auf der Insel, ne? Ja. Registriere neue Fruchtbarkeit. Was? Hier, keine Ahnung. Was war das? Oh, oh, oh. Ach, hier unten. Habt ihr schon wieder, habt ihr schon wieder die Insel befruchtet oder was? Ja. Ja, wir haben jetzt beschlossen, wir verzichten auf die andere Insel und bauen jetzt alles für die ersten zwei Stufen lokal an. So, so. Das Einzige, was dann noch eingeliefert werden muss, ist Getreide von unten. Ja, Getreide wird am allerschwierigsten. Können wir erst mal drauf verzichten. Ja, aber haben wir auch schon eine Insel, wo das im Konto liegt. Deswegen lassen wir da den Konto nicht abreißen. Übrigens, by the way, wir sind nicht im Team Speak. Wir sind cool und benutzen Skype gerade. Wir sitzen alle um ein Mikro herum. An einem runden Tisch? Einfach so ein Mikro, weißt du, Fußball. Ja, nur... Eine kurze Pause vielleicht. Ja, wir haben die Facecam so aufgestellt, dass man nur ihn sieht. Ah, Leute. Spiel gespeichert. Wir sind seit zwei Stunden jetzt hier schon am Daddeln, ja? Ja, dann wird es ja immer Zeit für die nächsten Folgen, ne? Auf jeden Fall. Es geht irgendwie sowieso um bereits sehr strange Dinge. Ah, es wird noch geschrieben, wir können Beton verkaufen, solange wir das nicht brauchen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Aber das Problem ist, wir haben nur... Ich habe kein Konto. Ja, wir haben auch kein Konto. Scheiße. Philipp, ich kümmere mich jetzt gleich um die Gewürze. Ach, ums Gemüse. Ich jucke gerade den Bauplan wieder raus. Ich habe nicht gegähnt. Hör auf, mich auf frischer Tart zu ertappen. Die Tart scheint nur frisch. Aber sie ist gar nicht so frisch, wie du denkst. Sollen wir mal mit zwei Sekunden verzögern? Oder auch drei? Nein, ich meine, Twitch hätte zehn Sekunden gehabt. Ich könnte etwas unternehmen, dass alle wieder instant wach sind. Eine ihrer Aufgaben ist noch unerledigt. Eigentlich wollte ich heute früh schlafen gehen. Muss ich etwa morgen arbeiten? Nein, aber heute Morgen bin ich um fünf Uhr raus. Tennessee träumt in anderen Dimensionen. Ich baue jetzt einfach Häuser. Einfach, einfach um Geld zu gingen. Wie, der Morph baut einfach Häuser, Leute? Ja, und ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich habe keines. Morph, schämst du dich nicht? Nur wenn ich Pipi mache. Aber wenigstens etwas. Ich brauche auch ein paar Häuser aus dem Prinzip. Manchmal kommt meine Mama dann noch mit. Und hält mich fest. Das ist aber... Das ist aber... Das ist aber... Ich glaube, ich glaube ich nicht. Alter, was ist der Öko? Was ist das jetzt mit mir mit der Balance? Niklas, wenn du keinen Bock hast, dann guck einfach nicht. Meine Kumpels und ich, wir sind ihnen wirklich dankbar. Für alles, was sie so tun. Philipp, ich hätte die Gemüseteile nicht abbauen sollen. Ich hatte da einen selbstverwendeten Bauplan drin. So, nochmal ein paar Hütten. Warum haben wir so viele Werkzeuge? Ähm... Weil, äh... Weil... Weil auch Munition, glaube ich, sogar voll ist. Ja. Es ist alles voll. Ey, Mann, wir müssen mal verkaufen. Und jetzt Schnauze. Zustand der Bevölkerung kritisch. Verdammt. Man kann das Haus nicht mehr abreißen. Fahrt es zum, äh... Ja, Philipp, das könnten wir eigentlich wirklich machen. Ähm... So ein paar Sachen, die wir viel, so viel haben. Wie Holz. Einfach zu unserem Wasserkonto bringen und da verkaufen. Wenn das geht, ist die Frage, warum machen wir das noch nicht? Ja, das ist, weil wir hier auch jedes Mal, wenn wir irgendwas rausbringen wollen... Ach, den Konto bauen, die wir abreißen müssen, ne? Richtig. Ähm... Wir haben ein Problem. Wir haben kein Geld und in unserer City breitet sich eine Seuche aus. Dieses Jahr gibt's für alle eine Prämie. Aber den Rest habt ihr ja? Warte mal, jetzt. Er war gerade am labern, was? Den Rest habt ihr aber. Wie, den Rest? Hatten wir ja in irgendeinem Geld und... Ja, sonst sind wir eigentlich glücklich und zufrieden. Wie viel braucht man für ein, äh... Krankenhauskost sind 100. Oh, die Baumaterialien sind aus. Ach, besten Dank. Hat es gereicht, wir waren ja minus. Ja, fast. Unser Baumaterialien sind aus. Was? Der wäre aber besser, wenn wir uns als ein Konto bauen und dann die Sachen verkaufen, oder? Was? Konto bauen und dann haben wir... Dann können wir Sachen verkaufen. Ja. Ich finde, das ist ein Konto wert. Auch wenn die dann wieder angerauscht kommt mit ihren 3 Milliarden Schiffen. Aber hey, es hat uns... Was? Nein! Lolplay, hast du gerade ein Kontor gebaut? Ich töte dich! Ich wollte gerade sagen, dass ich in der Runde noch keiner... verbaut habe. Was war denn das gerade für ein Auftrag? Ja, oh mein Gott. Ja, sorry, ich war gerade... Ich war gerade, äh... Weil... 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 Weil Krankheit und so in der City. So, äh... Wir brauchen auf jeden Fall mal... Sechs Gemüseplantagen. Und... Ne, ein bisschen mehr mittlerweile und Bauzellen. Oh. Ich habe ein paar Häuser gebaut. Aber die lassen wir nicht aufsteigen. Ja, warum... Äh, hier... Brauchen Angestellte auch schon so viel? Die brauchen Tee? Ne, Angestellte brauchen doch auch nur Biokostfabrik. Und Tee, oder? Ja, aber wächst doch alles auf der Insel. Die können wir aufsteigen lassen, bis Angestellte... Und schon wieder ein Spammer. Gibt heute viele von denen irgendwie. Schon der Vierte oder so heute. Was gehen Spiritiosen aus? Also wir können für die alles hier auf der Insel produzieren. Warum sollen wir die nicht als Angestellte? Ja, gut. Hast du ja recht. Da ist schon wieder einer. Wieso? Was? Wieso? 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 Och, Mann, ey. Die alte... Schaller Bulle. Das ist wat? Come on, bitch. Come on. Lick me. Lick me vor allem. Plus 4680. Davon profitieren wir beide. So. Hat Geld gekostet? Ist mir egal. Ja, aber wir haben eh wieder 4680 bekommen. Wie, wie, wie? Warum kriegt ihr gerade so viel? Ja, ich hab was verkauft. Du weißt schon, dass jetzt die ganze Flotte kommt und alles wieder weggefickt. Solche Worte nicht. Äh... Äh... Solche Worte nicht. Ja, mach. Gut, dann brauch ich mich weiterge... Äh... Ah, kacke. Die blauen Einlass dem anderen von diesen blöden Schieß. Ah, warte mal. Die konzentrieren sich aber auf den Konto anscheinend. Ja, eins hast du. Was? Die hauen ab? Aber ja, eins hat richtig einen Schaden bekommen. Ja? Wie die keine Lust mehr hat? Die holt dir das bestimmt ihre Armee. Ja, die holt ihre Armee. Ich kann das sagen. Äh, wo habt ihr denn gerade Krieg angefangen, bitte? Ja, das ist eine Verbesserung der Öko-Bilogs. Ja, äh... Ach, kacke, ja. Man, das ist ein ganzer Dom-Dinger. Äh... Ja, okay. Ah, verdammt. Die ganzen Baustellen sind alle abgerissen. In dieser dummen... netten Dame. Ey, mein Gott! Philipp, lass das da unten liegen, weil... Dann können wir doch noch Getreide anbauen. Und dann nicht alles verkaufen. Fuck. Alter, warum sind wir denn schon wieder Minus? Wie schafft ihr das? Was? Ich auch. Wir sind im Tausenden... Keine Ahnung. Ja, weil die... Die Typen nur zu heften. Ihr habt ja, weil wir keine Spiriti-Hosen haben, Alter. Ihr habt keine Spiriti-Hosen. Das ist doch... Ich hab keine Sprinti-Hosen. Ja, Sprinti-Hosen gegen das war's. Sprinti-Hosen. Sprinti-Hosen müssen wir schon tragen, ne? Nein, aber die... Da braucht ihr doch nur Reis. Also, die Felder sind doch nur zwei Felder pro Teil. Ja. Alter, Leute, was... Das Niveau im Chat ist jetzt wirklich unter 100, jetzt langsam. Ich hab gerade leider nicht offen. Ich glaube, ich glaube, das Niveau im Chat ist noch niedriger wie unsere Bilanz. Ohohoho. Aber die steigt wenigstens. Scheiße. Fuck, Alter. Keto kommt.